die deals mit jimmy die schließen wir noch ab ich habe aber auch gar keine ahnung doch habe ich mein plan ist ja schon ausgeklügelt ich warte wieder und ich sollte vielleicht ich sollte vielleicht mal versuchen die nächsten sorten zu levelen was passiert wenn ich die mit sich selbst züchte dann kommt da ein bisschen was zusammen nicht immer aber in dem falle jetzt schon die minute warte ich noch da muss ich den dünger nicht verschwenden das habe ich jetzt nicht auf das kann ich machen wenn ich gleich die deals mit jimmy abgeschlossen ich meine alter fast 6000 eier ich bin echt froh dass ich das jetzt nicht weggedreht habe ich werde auch mal warten was hier noch für aufträgen kommen doch noch Platsch. Okay. So, also. Jetzt müsste ich theoretisch. Aber ich kann es nicht. Ich verstehe das jetzt gerade absolut gar nicht. Okay, ich muss mal gerade hier reinschauen. Kann man hier Sachen wegschmeißen? Aus dem Lager? Nee, irgendwie nicht. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich habe hier so viel Scheiß und ich kann das nicht verkaufen, weil ich einfach keinen Platz in der Apotheke habe. Weil keiner meinen Scheiß kauft. Okay, kann ich vielleicht irgendwo irgendeine Kleinigkeit loswerden. Gut, bei ihm ist ja, darum versuche ich mich ja schon zu kümmern. Aber... Okay. Schauen wir hier nochmal rein. Na gut, also eventuell kommt gleich hier ein Auftrag, bei dem ich dann... noch was loswerde. Eventuell... 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 auch nicht. Ich bin so überfordert gerade. Ich bin so... überfordert. Ja komm, hier. Machen wir mal so. Ähm... Ach guck mal, jetzt kommt wieder Knete rein. Ehm... 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 Oh, denn acht Minuten... Ich bin so happy gerade. Dass ich diese Scheiß-Wohnwagen jetzt erst mal... nicht komplett erledigt, aber ich habe sie zumindest schon mal wenigstens alle gekauft. So, kleine Störung. Noch mal am Schluss... was wollte ich jetzt hier tun ich wollte genau zehn von zwölf wieso wieso kann ich das jetzt hier nicht zu ende abernten wieso zeigt er mir das nicht wieso zeigt er mir das nicht an obwohl ich das gerade abgeerntet habe jetzt muss ich aber okay ich mache das und dann müsste das eigentlich klappen ich habe doch gerade und das ist das gerade nicht ich habe doch gerade butter verkauft wo ist jetzt das problem ich weiß es nicht aber ich würde gerne den scheiß hier erledigen hier ist jetzt auch gerade nichts mehr was ich noch was ich noch tun könnte okay kommen machen wir es mal so gut jetzt müsste es aber eigentlich klappen das war so dämlich es war echt so dämlich jetzt habe ich wieder fünf plätze frei und ich habe nichts geschafft nichts und jimmy will ja immer nur so riesen riesen sachen 20 hiervon 40 davon okay schauen wir mal kann ich hier gerade vielleicht irgendwas backen wenn ich noch zwei northern leitz hätte na gut auf gar nicht wie ich relativ schnell zusammengepflanzt ich könnte sogar wenn ich noch ein mehl hätte könnte ich noch mal kuchen produzieren dafür brauche ich skunk ach so warte mal gibt es eigentlich auch okay nur skunk geht okay komm versuchen wir es damit ich gehe kaputt echt ich gehe echt kaputt das lief wirklich alles nicht und weil die apotheke voll ist kann ich auch nichts dagegen tun ja gut dann würde ich sagen wie das jetzt weitergeht das sehen wir in der nächsten folge und die kommt morgen tschüss tschüss